Moin und herzlich Willkommen zu 970. Rohstoff, Tagesausgabe der Informationslater am Donnerstag, dem 16. April 2015 und Freunde, Sportnachricht des Tages, der FC Bayern schießt in Porto 4 Tore und damit ganz schnell müssen wir es machen. Der Blick auf Gold, ich hätte Ihnen gesagt, wenn wir es schaffen, über diese Zone drüber zu kommen, 20 und 50 Tage Linie plus hier Trendkanal, ehemals begrenzend, jetzt durchgegangen plus 200 Tage Linie, haben wir Potenzial für eine Fortsetzung, wir haben auch hier die 1205 überwunden, hatten hier aber eine trendbegrenzende Linie, was zum Pullback geführt hat und jetzt finden wir Unterstützung hier im Bereich des Dachs des Trendkanals, machen das Höhere hoch, wir gehen eine bullische Position ein mit dem Wissen, mit dem Wissen, dass wir hier nach wie vor in dieser Seitwärtsphase sind, allerdings haben die Bullen angefangen Stärke zu zeigen, haben diesen Trendkanal bullisch aufgelöst und deswegen besteht auch Potenzial in Richtung 12,30 zu gehen, ein kurzfristiger Trade, dafür darf hier diese Unterstützungszone nicht mehr rausgenommen werden. Stochastik unterstützt uns nicht, was auch nicht verwunderlich ist, weil wir einfach hier gerade seitwärts laufen, man muss sich bitte darüber im Klaren sein, das Potenzial kurzfristig, wenn wir hier die wahrscheinliche Variante machen, ist begrenzt mit dem Wissen, dass wir übergeordnet, habe ich heute Vormittag, schauen sich das gerne an, mit der Kreuzunterstützung beim Euro über den Monatschart gezeigt, mit dem Wissen, dass eine Kreuzunterstützung beim Euro gegenüber dem Dollar ist und dass das hier Potenzial hat, gleichzeitig ist das ein kurzfristiger Trade und damit ist das jetzt kein Hochwahrscheinlichkeits-Trade, das ist jetzt nicht, weil wir im Monatschart eine Kreuzunterstützung bei Euro-Dollar haben, dass jetzt Gold diese Bewegung macht, dafür müsste er eine andere Formation bilden und die haben wir nicht. Fallen wir hier unter diese Unterstützungszone, dann ist 1167 möglicherweise 1150 möglich und deswegen arbeiten wir hier auch mit einem engen Stop-Loss. Wenn wir uns Silber anschauen, bei Silber muss man sagen, die Bären haben 1, 2, 3, 4, 5 Tage die Chance gehabt, nachdem wir hier diese Bewegung gemacht haben, die bärische Bewegung fortzusetzen. Wenn die das nicht machen, schauen sich das an, wir hatten hier schon angefangen die K&D-Linie umeinander zu umschlingen, dann kann es sein, dass der Mark sich dann doch wieder dafür entscheidet, hatte ich Ihnen gestern gesagt, dass hier viel Volumen ist, eine dynamische Bewegung ist und dass wir hier Potenzial haben für eine bullische Bewegung. Dann aber in die gleitenden Durchschnitte rein, in die trendbegrenzende Linie rein und auch über die Stunde habe ich Ihnen gesagt, die 200-Stunden-Linie. Das würde mich wiederum interessieren, wenn der Markt hier durchgeht, durch die 1675, dann hätten wir größeres Potenzial in Richtung 1750. Das wäre die bullische Variante, fällt die 16-Dollar-Marke 1550 und möglicherweise dann in Richtung 15 Dollar, wenn die 16 Dollar fällt. Kurze Ausgabe, ich hoffe, dass es trotzdem für Sie hilfreich gewesen ist. Es ist völlig egal, wie kurz eine Ausgabe ist, die Ausführungen zum Stop-Loss bleiben immer lang. Leute, denkt dran, es ist immer nur ein Trade. Es ist immer nur ein Trade. Wenn euch irgendein Trade total emotionalisiert, wenn euch total fertig macht, macht den zu. Es ist nur ein Trade. Kein Trade ist es wert, dass wir extrem viel Geld riskieren und verlieren wegen einer einzigen Position. Nichts gibt es mehr als Trading-Möglichkeiten an der Börse und deswegen traden wir, wann immer wir traden, mit einer vernünftigen Positionsgröße und wir traden es mit einem Stop-Loss. Mein Name ist Hamid Asnashari und ich wünsche Ihnen, dass Sie hoffentlich alle, alle, alle gesund bleiben. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstädern doch bitte gewogen.